Was ist die Behandlung? Hier ist die Behandlung. Kein Schmerz, kein Nix. Wie gesagt, das einfach rundherum wohlfühlen hier. Ganz einfach, ich kann nicht widersprechen, ohne irgendwo die Prothese rutscht nach unten oder sonst was. Auch beim Essen, das schießt sich fest, die beißen jeden Apfel. Das ist einfach wie vorher, wie früher mal. Fantastisch, ganz einfach. Es ist alles sehr sauber, sehr großzügig. Es gibt eigentlich nichts zu verbessern. Dental Prime ist eigentlich das, was ich erwartet habe. Ich gehe hierher, die Zähne werden gerichtet. Kein Schmerz und ein zufriedestellendes Ergebnis. Und das wurde erreicht.